Sigmund Freud, die Verneinung Die Art, wie unsere Patienten ihre Einfälle während der analytischen Arbeit vorbringen, gibt uns Anlass zu einigen interessanten Beobachtungen. Sie werden jetzt denken, ich will etwas Beleidigendes sagen, aber ich habe wirklich nicht diese Absicht. Wir verstehen, das ist die Abweisung eines eben auftauchenden Einfalls durch Projektion. Oder sie fragen, wer diese Person im Traum sein kann, die Mutter ist es nicht. Wir berichtigen, also ist es die Mutter. Wir nehmen uns die Freiheit, bei der Deutung von der Verneinung abzusehen und den reinen Inhalt des Einfalls herauszugreifen. Es ist so, als ob der Patient gesagt hätte, mir ist zwar die Mutter zu dieser Person eingefallen, aber ich habe keine Lust, diesen Einfall gelten zu lassen. Gedenklich kann man sich eine gesuchte Aufklärung über das unbewusste Verdrängte auf eine sehr bequeme Weise verschaffen. Man fragt, was halten Sie wohl für das Allerunwahrscheinlichste in jener Situation? Was meinen Sie, ist Ihnen damals am fernsten gelegen? Geht der Patient in die Falle und nennt das, woran er am wenigsten glauben kann, so hat er damit fast immer das Richtige zugestanden. Ein hübsches Gegenstück zu diesem Versuch stellt sich oft beim Zwangsneurotiker her, der bereits in das Verständnis seiner Symptome eingeführt worden ist. Ich habe eine neue Zwangsvorstellung bekommen. Mir ist sofort dazu eingefallen, sie könnte dies bestimmte bedeuten. Aber nein, das kann ja nicht wahr sein, sonst hätte es mir nicht einfallen können. Was er mit dieser der Kur abgelauschten Begründung verwirft, ist natürlich der richtige Sinn der neuen Zwangsvorstellung. Ein verdrängter Vorstellungs- oder Gedankeninhalt kann also zum Bewusstsein durchdringen, unter der Bedingung, dass er sich verneinen lässt. Die Verneinung ist eine Art, das Verdrängte zur Kenntnis zu nehmen, eigentlich schon eine Aufhebung der Verdrängung, aber freilich keine Annahme des Verdrängten. Man sieht, wie sich hier die intellektuelle Funktion vom affektiven Vorgang scheidet. Mithilfe der Verneinung wird nur die eine Folge des Verdrängungsvorgangs rückgängig gemacht, das dessen Vorstellungsinhalt nicht zum Bewusstsein gelangt. Es resultiert daraus eine Art von intellektueller Annahme des Verdrängten, bei Fortbestand des Wesentlichen an der Verdrängung. Im Verlauf der analytischen Arbeit schaffen wir oft eine andere, sehr wichtige und ziemlich befremdende Abänderung derselben Situation. Es gelingt uns auch, die Verneinung zu besiegen und die volle intellektuelle Annahme des Verdrängten durchzusetzen. Der Verdrängungsvorgang selbst ist damit noch nicht aufgehoben. Da es die Aufgabe der intellektuellen Urteilsfunktion ist, Gedankeninhalte zu bejahen oder zu verneinen, haben uns die vorstehenden Bemerkungen zu psychologischen Ursprung dieser Funktion geführt. Die Verurteilung ist der intellektuelle Ersatz der Verdrängung. Ihr Nein ein Markenzeichen derselben, ein Ursprungszertifikat, etwa wie das Made in Germany. Vermittels der Verneinung-Symbols macht sich das Denken von den Einschränkungen der Verdrängung frei und bereichert sich um Inhalte, deren es für eine Leistung nicht entbehren kann. Die Urteilsfunktion hatte wesentlichen zwei Entscheidungen zu treffen. Sie soll einem Ding eine Eigenschaft zu- oder absprechen und sie soll einer Vorstellung die Existenz in der Realität zugestehen oder bestreiten. Die Eigenschaft, über die entschieden werden soll, könnte ursprünglich gut oder schlecht, nützlich oder schädlich gewesen sein. In der Sprache der ältesten oralen Triebregung ausgedrückt, das will ich essen oder will es ausspucken und in weitergehender Übertragung, das will ich in mich einführen und das aus mir ausschließen. Also, es soll in mir oder außer mir sein. Das ursprüngliche Lust-Ich will, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, alles Gute sich introduzieren, alles Schlechte von sich werfen. Das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außen Befindliche, ist ihm zunächst identisch. Die andere der Entscheidungen der Urteilsfunktionen, die über die reale Existenz eines vorgestellten Dinges, ist ein Interesse des endgültigen Real-Ichs, das sich aus dem anfänglichen Lust-Ich entwickelt. Realitätsprüfung Nun handelt es sich nicht mehr darum, ob etwas Wahrgenommenes, ein Ding, ins Ich aufgenommen werden soll oder nicht, sondern ob etwas im Ich als Vorstellung vorhanden ist, auch in der Wahrnehmung, Realität wiedergefunden werden kann. Es ist, wie man sieht, wieder eine Frage des Außen und Innen. Das nicht reale, bloß vorgestellte Subjektive ist nur Innen, das andere reale auch im Draußen vorhanden. In dieser Entwicklung ist die Rücksicht auf das Lustprinzip beiseite gesetzt worden. Die Erfahrung hat gelehrt, es ist nur wichtig, ob ein Ding-Befriedigungsobjekt die gute Eigenschaft besitzt, also die Aufnahme ins Ich verdient, sondern auch, ob es in der Außenwelt da ist, so dass man sich seiner nach Bedürfnis bemächtigen kann. Um diesen Fortschritt zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass alle Vorstellungen von Wahrnehmungen stammen, Wiederholungen derselben sind. Ursprünglich ist also schon die Existenz der Vorstellungen eine Bürgschaft für die Realität des Vorgestellten. Der Gegensatz zwischen Subjektiven und Objektiven besteht nicht von Anfang an. Er stellt sich erst dadurch her, dass das Denken die Fähigkeit besitzt, etwas einmal wahrgenommenes durch Reproduktion in der Vorstellung wieder gegenwärtig zu machen, während das Objekt draußen nicht mehr vorhanden zu sein braucht. Der erste und nächste Zweck der Realitätsprüfung ist also nicht, ein dem Vorgestellten entsprechendes Objekt in der realen Wahrnehmung zu finden, sondern es wiederzufinden, sich zu überzeugen, dass es noch vorhanden ist. Ein weiterer Beitrag zur Entfremdung zwischen dem Subjektiven und Objektiven rührt von einer anderen Fähigkeit des Denkvermögens her. Die Reproduktion der Wahrnehmung in der Vorstellung ist nicht immer deren getreue Wiederholung. Sie kann durch Weglassung modifiziert, durch Verschmelzung verschiedener Elemente verändert sein. Die Realitätsprüfung hat dann zu kontrollieren, wie weit diese Entstellungen reichen. Man erkennt aber als Bedingung für die Einsetzung der Realitätsprüfung, dass Objekt verloren gegangen sind, die einst reale Befriedigung gebracht hatten. Das Urteilen ist die intellektuelle Aktion, die über die Wahl der motorischen Aktion entscheidet, dem Denkaufschub ein Ende setzt und vom Denken zum Handeln überleitet. Auch über den Denkaufschub habe ich bereits an der Stelle gehandelt. Er ist als eine Probeaktion zu betrachten, ein motorisches Tasten mit geringen Abfuhraufwänden. Besinnen wir uns, wo hatte das Ich ein solches Tastenfeuer geübt, an welcher Stelle die Technik erlernt, die es jetzt den Denkvorgängen anwendet. Dies geschah am sensorischen Ende des serischen Apparates, bei den Sinneswahrnehmungen. Nach unserer Annahme ist ja die Wahrnehmung kein rein passiver Vorgang, sondern das Ich schickt periodisch kleine Besetzungsmengen in das Wahrnehmungssystem, mittels deren es die äußeren Reize verkostet und sich nach jedem solchen tastenden Vorstoß wieder zurückzuziehen. Das Studium des Urteils eröffnet uns vielleicht zum ersten Mal die Einsicht in die Entstehung einer intellektuellen Funktion aus dem Spiel der primitiven Triebregung. Das Urteilen ist die zweckmäßige Fortentwicklung der ursprünglich nach dem Lustprinzip erfolgten Einbeziehung ins Ich oder Ausstoßung aus dem Ich. Seine Polarität scheint der Gegensätzlichkeit der beiden von uns angenommenen Triebgruppen zu entsprechen. Die Bejahung als Ersatz der Verneinung gehört dem Eros an, die Verneinung nachfolge der Ausstoßung dem Destruktionszieb. Die allgemeine Verneinungslust der Negativismus mancher Psychotiker ist wahrscheinlich als Anzeichen der Triebentmischung durch Abzug der libidinösen Komponenten zu verstehen. Die Leistung der Urteilsfunktion wird aber erst dadurch ermöglicht, dass die Schöpfung des Verneinungssymbols dem Denken einen ersten Grad von Unabhängigkeit von den Erfolgen der Verdrängung und somit auch von Zwang und Lustprinzip gestattet hat. Zu dieser Auffassung der Verneinung stimmt es sehr gut, dass man in der Analyse kein Nein aus dem Unbewussten auffindet und dass die Anerkennung des Unbewussten von Seiten des Ich sich in einer negativen Formel ausdrückt. Kein stärkerer Beweis für die gelungene Aufdeckung des Unbewussten, als wenn der Analysierte mit dem Satz Das habe ich nicht gedacht oder Daran habe ich nicht nie gedacht. Das oft reagiert.